Ich bin genehmigt. Ich muss den... Ander, was erforschtest du gerade? Ja, fortgeschrittenen Wellengenerator. Glaubt mir, da macht dann anstatt 30, wir haben 75. Das lohnt sich auf jeden Fall dann. Ich bin gerade am überlegen, ob ich meine Straßen umbauen sollte. Umso weniger Kreuzungen du hast, umso weniger halten sie an, im Endeffekt. Ich glaube... Habe ich hier was Wichtiges stehen? Nee, dann reiße ich nämlich die Straßen jetzt nämlich ab. Und ich verbaue die gerade, weil... Ich habe keine Lust darauf, dass ich ständig irgendwelche Probleme habe. Mit scheiß Lieferungen. Aber hier. Ich muss einfach hochbauen. Das ist eine Bildungsetage. Klingt verlockend. Hier Bildungsetage. Ich baue jetzt die Straßen im Industriegebiet um. Ich mache dir jetzt alle gerade. Du musst halt supern, umso weniger... Ähm... Ja, Kreuzungen du hast. Umso weniger müssen die halt auch anhalten, ne? Und das setze ich jetzt gerade ein bisschen um. Bei mir schon senken sie Luftverschmutzung. Und dann ist mal eine, ähm... Omega-Fabrik ausgefallen und dann war es das Erledigte. Ah ja. Einmal oben. So. Ja, Leute, das muss man halt auch machen, ne? Alles schön... ...hinbauen. So. Jetzt habe ich weniger Kreuzungen hier. Und jetzt sollte das sich schon ein bisschen beruhigen. Ich glaube, mehr Öl kann ich gar nicht aus dem Boden ziehen. Doch, kann ich. Mache ich auch. Ja, ich bin gerade am... Straßenflitten. Überlagerung. Hahaha. Wie scheiße. So, jetzt habe ich, äh, weniger, äh, ja, Kreuzungen und somit sollte sich das ein bisschen wieder einkriegen. So. So, auf jeden Fall. Es sieht schon mal viel, viel besser aus. Ja, aber mir geht's eigentlich. Ja, ein paar Korrekturen und dann läuft das schon wieder. Habe ich jetzt gerade gemacht und die Straßen sind halt jetzt nicht mehr so, ja, verstopft. Ah, den Bildungsfortschlag habe ich mir nochmal angucken. Ja, ja, Zahnräder sind alle voll, die Hüte auch, das passt doch. Ja, ich kann mal gucken, was bei mir Bildung ist. Bei mir ist die Bildung, naja, ich weiß, ich habe totale Ausstattung. Aber aus irgendeinem Grund habe ich Bildungsniveau nur eineinhalb Hüten und Technikstufe nur auf zwei. Entschuldigung. Eineinhalb Hüte. Ja. Alter. Und, aber es sind fast, also ich kann sagen, alle Häuser sind aber eigentlich mit Ausbildung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ich mache jetzt auch gerade fett Minus, weil ich halt, wie gesagt, die Straßen umgebaut habe im Industriegebiet. Aber was will man machen? Ich gucke dir gerade zu und da ist so viel Stau. Ja, ja, deswegen habe ich ja jetzt halt in der Straße eine kleine Hauptstraße hingebaut und hinten an den, äh, diesen Tunnel. Und oben, wenn man hochfährt, zu dem anderen Gebiet, wo die ganzen Reichen wurden. Da habe ich jetzt eine kleine Mini-Hauptstraße. Und du hast da eine Kreuzung und direkt daneben auch eine Kreuzung. Ja, ja, deswegen habe ich ja jetzt ein bisschen, gerade im Industriegebiet, äh, die ganze Kreuzung rausgehauen. Damit die dann nicht mehr stehen bleiben müssen und, äh, die Omega-Lieferung auch besser jetzt ankommt. Und ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Platz für mehr Gebäude, was ein erheblicher Vorteil ist. Und jetzt sollte das sich wieder langsam einkriegen. Weil die produzieren und produzieren ohne Ende hier. Ja, und die Straßen, die sind jetzt eigentlich gut genug. Und haben wenig Kreuzungen. Gut, außer im Wohngebiet, aber da kann man es nicht anders so lösen. Das geht leider nicht. So, jetzt gucken wir mal bei mir. Ich lasse es jetzt immer, wenn es dann die Kamera dreht. Nur wenn du mal kurz dein Ding verlassen hast. So, okay, es sollte jetzt ein bisschen... Ja, die Straßen sind halt immer noch voll. Aber im Industriegebiet sieht es schon mal besser aus. Zum Glück auch. Aber hier, das stört mich halt noch. Das sind zwei Kreuzungen nebeneinander. Aber hier sind ja wichtige Gebäude dran, nee. Ich guck mal was. Ich glaube, es sind keine neue Mega-Projekte dazu gekommen, oder? Ach ja, was? Die Fortschritte, die Erforschung geht es immer bei 95%. Was soll ich denn noch machen? Fortgeschrittene Wellengenerator. Ich mach grad 10.000 Minus, aber gut, bei mir ist es mir relativ. Und danach werde ich den Müllatomisierer benutzen, damit ich hier keine Umweltverschritte mehr hab. Müllatomisierer. Die guck ich mir jetzt mal an. Zum Beispiel, gestern hab ich auch noch 2270 Kisten hergestellt in der Omega-Fabrik. Bei der einen und bei der anderen 5000. Geh, ein Recyclingzentrum ist viel besser als ein Müllzentrum. Ja, ein Recyclingzentrum hab halt ich gebaut, ne, damit ich meine Prozession herstellen kann. Weil ich lass den Müll recyceln in Legierung und Plastik und aus diesen zwei Dingen kannst du halt Prozession herstellen lassen. Können Legierung und Plastik auch weit ticken? Das Plastik kannst du auch so verticken, ja. Und die Legierung auch. Aber wenn du halt beides herstellst, ein Prozessor kriegst du halt viel mehr. So hab's ich zumindest. Und ohne die Prozessoren wär ich schon längst pleite. Weil das halt ein guter Ausgleich ist. Gut, Wellengenerator ist fertig abgeschlossen. So, und ich starte jetzt den Müll-Automisierer. Ich krieg am Tag kein Mega mehr. Oder soll ich den Luftreiniger machen? Ne, ich mach jetzt den Müll-Automisierer. So, und jetzt baue ich schnell den Strom bei mir ab. Und von den großen Generatoren, weißt du, wie viel deiner kostet? Äh, ein was? Ein? Von dem großen Wellengenerator. Da kostet einer 110.000. Ist doch ein Schläppchen, oder? Mhm. Dafür. Lohnt sich's aber. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich noch genug... Äh... Oh, scheiß. Ich hab ein Kontrollnet-Defizit. Ist nicht so super. Ich muss leider ein bisschen was von dir kaufen. Kontrollnet? Mhm. Das kann man kaufen? Ja. Ja, ich hab noch 14.000. Ja, ich steig halt um. Dafür mach ich jetzt aber auch gut Strom. Jetzt hab ich jetzt für mich 300 Megawatt im Überschuss. Allein der Wellengenerator-Kraftwerk macht 420 Megawatt. Und das ist super viel. Weil ich kann so gesehen... ...das Kohlekraftwerk abschalten. Und das... Meins hab ich schon lange abgeschalten. Nee, das Kohlekraftwerk hab ich jetzt... ...sonst Kohlebillwerk schalte ich auch erstmal ab. So, jetzt bin ich gerade erstmal 1,7 Mat im Minus. Aber das hol ich gleich wieder rein. So, jetzt reiß ich die Gebäude ab. Jetzt upgrade ich nochmal das Kontroll hier. Die... ...ne große brauche ich nochmal. Können wir da hin platzieren. Hm, gut. Alter, Prozesse, Fabrik und Recycling kosten insgesamt voll viel. Also nur ich, ich hab... Meine ganze Stadt wird jetzt nur vom Wellenkraftwerk getrieben. Und es macht 525 Megawatt. Ja. Und das rendiert sich allemal. Klar sind die Kosten viel höher. Aber dafür ist es halt saubere Energie. Ich gebe 2000 in der Stunde aus, wenn mein Windkraftwerk und es bringt 350 Megawatt. Jetzt muss ich erstmal nur wie Stromkanele sanken mehr machen. Was ist jetzt? August. Alter, ich mach ganz schön grad Minus. Der Megaton macht so fett ein Minus. Ja, wieso? Oh, scheiße. Der Megaton mach ich Minus. Wieso? Wir brauchen dringend Arbeit. Fuck, die Wand. Was ist das? Ich platziere jetzt einfach ein neues... Ähm, hier. Nochmal ein Turm. Für Arbeit. Ich hasse das, wenn was passiert. Wir brauchen dringend Arbeit. Glauben wir, das ist nicht cool. Ah, bobbelt die Hülle. Jetzt hab ich leider eine Kontrollnetanlage kaputt gemacht. Aber das ist mir jetzt ziemlich egal. Oh, Anna. Ich muss umstrukturieren hier, weil das ist leichtes Chaos. So, brauche ich jetzt einen Megaturm. Und zwar... Mit Arbeit. Ich krieg kein... Oh, ich krieg kein... Mega. Omega. Ja, geht doch. Ja, geht doch. Was? Rohölvorräte erschöpft. Aha, guter Witz. So, jetzt muss ich die Schwierbar noch mal weiter ausbauen. Na, das kann man nicht ganz lassen, da. Weil er eins davon macht. So. 1.200 Butter. Ich brauche jetzt unbedingt noch eine Kontrollnetanlage. Die muss ich irgendwo hinstellen. Oh mein Gott. Hm? Was heißt, oh mein Gott? Warte mal. Hm? Das war die ganze Zeit nicht verbunden. Was? Was war die ganze Zeit nicht verbunden? Mein Öl-Ding. Deswegen habe ich nicht so viel Öl bekommen. Okay. Ja. Glaub mir, ich kaufe jetzt gerade richtig viel Kontrollnet von dir. Was kaufe ich denn an Kontrollnet ein? Schau, dass man das nicht sehen kann. Ich kann schon wieder Sachen abreißen. Ich genug abnehme. Ich genug Omega. Okay. Wie kann ich denn nicht genug Omega haben, wenn ich zwei Fabriken habe? Und traue ich mich das? Na. Oh, oh. Abbrechen. Was ist das? Ich tue jetzt ein Omega. Hier. Eine Omega. Fabrik. Schließe ich gleich. Sagst du. Ey, 17.000 mach ich denn jetzt. Ach nö, mein Game ist abgeschmiert, Leute. Ja, wir machen jetzt eine Aufnahmepause, würde ich mal sagen. Ja gut, Leute, dann das war's dann mit dieser Aufnahme. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play, das ihr von mir anschaut. Oder in der nächsten Folge von SimCity. Bis dahin, meine Freunde. Tschüss. Bis dahin, meine Freunde.